Musik Wir sind die Berliner Schachjugend, wir gehören dem Berliner Schachverband an. Die U20 Berliner Schachjugend. Hier entscheidet jeder Zug, wer das Rennen macht. Konzentration steht beim Schachverband an erster Stelle, dennoch gehört Spaß natürlich mit dazu. Wir waren jetzt bei der Deutschen Ländermeisterschaft in Hannover und sind dort angetreten. Hannover, da haben wir auch den ersten Platz belegt. Den ersten Platz hat die Schachjugend erstmals nach 1967 wieder nach Berlin geholt. Trotz des Erfolges wird fleißig weiter trainiert. Wir als Schachjugendmannschaft haben es verdient, da wir eine einmalige Sache nach Berlin geholt haben, nämlich die Deutsche Ländermeisterschaft, den großen Pokal. Weil wir halt ein sehr starkes Team sind. Wenn auch Sie der Meinung sind, dass die U20 Schachjugend den Amateursportpreis verdient hat, dann stimmen Sie doch ab für die Schachfreunde aus Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank.